Wir sehen jetzt hier einen Mercedes-Benz Actros 2536L. Als Aufbau hat er eine V- und Variopress 522 mit Automatikschüttung und bei dem Modell möchte ich einen ganz wichtigen Punkt, kommen Sie ruhig ran, Sie dürfen auch gerne hier vorne auf den überdachten Logenplätzen Platz nehmen, haben wir vor allem den Punkt Sicherheit mal hervorgehoben. Denn was er hat, ist zum Beispiel ein Active Brake Assist System 5, was nicht nur hilft Unfälle zu vermeiden, sondern stehende und fahrende Fahrzeuge selbstständig erkennt, genauso wie bewegte Personen und den Fahrer dann auch dafür warnt. Das System kann sogar selbstständig Bremsungen einleiten, wenn eine Gefahr erkannt wurde und der Fahrer vielleicht gerade abgelenkt ist. Und zusätzlich, das fällt glaube ich als allererstes auch optisch auf, hat das Fahrzeug keine Rückspiegel mehr. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit der Mirror Cam, die nicht nur die Sicht auf die Straße verbessert, sondern insbesondere zum Beispiel auch im Kreisverkehr eine erhebliche Unterstützung bietet. Weiterer Vorteil ist natürlich, und das ist ein Thema, was uns alle beschäftigt, das Thema Effizienz. Wir haben natürlich einen wirklich auch deutlich geringeren Luftwiderstand durch den Verzicht auf die Rückspiegel und damit natürlich auch eine Kraftstoffersparnis. Dann haben wir auch noch mit dabei einen Abbiegeassistenten, der, wie der Name schon vermuten lässt, natürlich beim Abbiegen unterstützt, was natürlich insbesondere in Innenstädten von Vorteil ist, aber eben auch beim Spurwechsel. Auch der erkennt Radfahrer, Personen, Fahrzeuge und warnt den Fahrer auch akustisch und optisch und bremst ebenfalls selbstständig, wenn nötig. Ein paar Worte vielleicht noch zum Aufbau, denn der hat es auch in sich im wahrsten Sinne des Wortes. Der Vm VarioPress 522 mit Automatikschüttung überzeugt hier mit einem Sammelvolumen von 22 Kubikmeter und einer Nutzlast von 10,5 Tonnen. Zusätzlich Bio abgedichtet und noch eine verbesserte Beladewanne. Vielen Dank an den Mercedes Actros an dieser Stelle.